so an alle also big mama du bekommst das video auch das gilt noch mal auch an alle deswegen zeige ich euch das video und erkläre ich euch das ein bisschen deswegen ist es ein end von deswegen sehr wichtig also in ak wenn jemand teilnimmt und setzen tut dann ist das leider von kebem so gemacht worden dass wenn die person nicht auf kampfgruppe verlassen klickt das macht man indem man einfach auf neues team klickt ich erkläre euch das alles wie das funktioniert so neues team und dann wenn ich das mache dann kann ich kampfgruppe verlassen klicken und erst dann werde ich von der karte gelöscht solange ich das nicht mache besetzt sich einen platz wo jemand eine einteilung bekommen hat das muss ich natürlich auch in allen drei maps und das heißt die maps die sich da jetzt da befinden die sind hier einmal da und einmal hier und ganz klein versteckt das heißt da muss ich noch mal den button klicken also auf diese kleine netz und auch hier das ganze machen kampfgruppe verlassen klicken es ist halt so gemacht worden dass kebem uns also mit mir schreibt mit kebem jetzt sehr oft ich habe einen streitgespräch mit denen die wollen da auch uns nichts geben weil die sagen das hätten wir wissen müssen wir sind schuld dass wir euch nicht aufgeklärt haben aber haben wir die haben das gemacht das ist nicht unser anliegen wenn das auch verbuggt ist es war verbuggt es ist nicht mehr angeblich verbuggt aber wie auch immer wenn ihr das nicht macht genauso wie ich euch gezeigt habe dann muss ich leider denjenigen kicken weil kebem tut uns dafür bestrafen weil wir nichts dafür können dass das so dumm gemacht ist das system und daher muss ich jetzt auch big mama dich kicken weil du nicht antwortest und du besetzt diese gruppe und ich kann nichts anderes tun außer ein mitglied zu kicken ihr könnt jederzeit auch zurückkommen es ist also im endeffekt so ich muss so handeln weil kebem politisch so zwingt weil ich selber kann die in person leider das ist leider so ich selber kann die nicht aus die kampfgruppe raustun das ist der bug das ist sozusagen der fehler der wurde nicht einprogrammiert normalerweise könnte ich die einteilung ändern und die person aus dieser kampfgruppe raustun das kann ich aber nicht und big mama besetzt sozusagen immer dann ein platz den jemand anders haben hätte können das einzige was mir bleibt ist nach unten zu gehen und zu sagen okay big mama wir haben zeugen du bist 13 tage offline wir wissen nicht was los ist sorry boom rausschmeißen so und dann kommt das hier alle verteidiger die aufgestritten wurden wurden von der aufteilungskarte entfernt das ist verrückt das habe ich jetzt so von kebem erfahren ich finde das ist richtig scheiße ihr müsst das machen als anführer offizier und dann erst kann man wieder zocken dann heißt es auch wiederum ja jetzt kann jemand anders teilnehmen an ak dieses verhalten von kebem ist total gestört aber das ist das ist wahnsinn dass das die community im forum nicht sich traut zu sagen und die die was dagegen gesagt haben entweder wurden die gebannt oder die worden ermahnt weil sie die wahrheit gesagt haben und ich bin der einzige was ich mitbekommen habe weil ich mich erkundigt habe der einzige der dazu ein video jetzt gemacht hat also tut mir einen gefallen verbreitet das video damit kann man mit solchen machenschaften nicht davon kommt weil das was hier veranstaltet wird von kebem seiten ist nicht in ordnung wir haben ak immer davor immer war es so wenn man gewonnen oder verloren hatte dass man danach ganz normal wie immer die gruppen einteilen konnte man konnte einfach wieder musste man erneut die gruppen einteilen und selbst wenn man nicht mitgemacht hat und man haben eingeteilt dann konnte man immer noch sagen okay den trage ich aus und er ist ausgetragen und das system sagt sich der macht nicht mit aber so wie jetzt naja abonniert meinen kanal like meine videos nicht vergessen und das war's erstmal von mir